Steigen Sie ein, es geht um Deutschland. Ach, wissen Sie was? Es geht um Deutschland. Fahren Sie mich mal schön zum Potsdamer Platz, zum Mauerstück. Zum Mauerstück? Ja, zum Mauerstück. Weil ehrlich gesagt, wenn es so weitergeht, dann enden wir damit, dass irgendeiner wieder die Mauer baut. Entweder die Ossis, weil sie mit uns nichts mehr zu tun haben wollen, oder der Westen, weil er sagt, komm Leute, ihr seid doch alles AfD-Nazis, ihr seid uns fremd bis ins Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass gerade doch ein bisschen der Wind dreht? Und dass die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die das ganz lange nicht getan haben, zu Zehntausenden einfach anzeigen, liebe AfD, bis hierhin und nicht weiter. Wir sind die Mehrheit, wir sind das Volk. Es sind zwei politische Kulturen, die immer weniger miteinander zu tun haben. Nicht immer mehr, sondern immer weniger. Das ist irgendwie echt erschreckend, oder? Nein, eine Partei möchte eine andere Kultur haben und das wird ihr jetzt aus der Hand geschlagen. Wir spielen das ein bisschen klein, nicht? Wir spielen das ein bisschen klein, nicht?